wieso kann ich nicht runter hüpfen jetzt jetzt ist er maya das ging in die eier beim herrn maya und natürlich auch den zweiten wir könnten den aber auch anlocken das ist man sogar lieber ding dank so wenn dann machen wir das schön im leisen und verborgenen da muss er nicht den lichter umlegen dann kann ich ihn verschwinden lassen falsche taste scheiße gerade nur die leertaste ich hab jetzt f gedrückt f ist normalerweise immer nahkampf kurz mal die tasten verwechselt das ist giftig das ist giftig sowas soll man nicht machen aber es macht ja niemand absichtlich boah da ist was los hallo hier ist ja eine party du kommst sehr schön du bist eingeladen zur party zu deiner todes party weg ist er der johannes denn der hannes der kann es kommt nix jetzt kommt einer da drüben ist nur einer da meinen übersehen irgendwas kommt von da drüben jetzt kommen mehrere das ist nicht gut das ist nicht gut zwei ich kann nur einen gebrochen den haben wir noch nicht mal markiert hier drei sind scheiß dreck scheißen dreck gehen wir mal da weiter hintere hier so weit geht das nicht so einen haben wir gepullt das läuft das läuft den werden uns schnappen wenn er kommt und er kommt er kommt i am ready to kill da schaust der h da schaust der schaust der nimmer so weg ist er wir machen wieder hoffentlich ein schönes a niemand wird mich entdecken jeder wird mich spüren und das meine ich jetzt nicht pervers damit meine ich natürlich das schwertchen so pull time immer wieder zurück willkommen er kommt die schrecken hier cowboy thanks für den host kriegen und herzinfarkt wenn man kommt das und geräusch das ist ein schleich geben so der da hinten kommt auch das heißt den kann ich da gerade nicht umnieten das ist blöd das ist sehr blöd aber wir können den polen so jetzt kommen da der killer von biller wartet tschüss junge das wird er mir weg ist er ich hoffe ich habe nie nur keinen übersehen schauen wir mal was da drüben ist das ziemlich interessant dass hier irgendwas zum abstauben hier ist gar nix hier kann jederzeit so einer um die ecke kommen so dem polma den wärmer platt mal ein bisschen abbauen hier so jetzt warten bis er hier ist und dann geht es ein bisschen näher muss er kommen weg ist er hoffentlich liegt man in dem licht läuft kann man vernichten alter neo die konzentrierte hier ist es ein schleich geben auf einmal so ein geräusch das läuft nicht so gut so was ja aber was ja mal zieh wieder hier sind mehrere das ist jetzt ein bisschen haare liegt immer mit polen kommt die nur deine kommen hier hin weg ist er läuft so wieder einer weniger viele sind ja nicht mehr davon den pissern check man die lage der pol pol kam er kam zu der die so wieder zurück im moment komme gut klar mit dem killen das läuft läuft die kehle durchschneiden rein in die wamse da das schwert so zwei sind da da falls ich alles markiert habe ich hoffe doch ich habe keinen übersehen es würde nämlich schon einen punkte abzug geben ich habe keinen bock oder was ist eigentlich da hinten nix so jetzt kommen alle beide das ist jetzt auch nicht so wow ja zwei sind jetzt nicht so der börner haben wir so weiter weg weißt du was warum er ich darum boom dicker ne 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 du lässt es schön mit dem alarm ist aber keiner mehr da das licht wird ja wohl nicht herkommen jetzt beim alarm das wäre jetzt echt mies so die lassen wir natürlich verschwinden auf edle art und weise der hat ein kumo reingekriegt einfach das machen wir schnell zackig ich habe alles gekillt wie der läuft so jetzt machen wir das licht hier weg das brauche eh niemand mehr ich habe nicht mal ziel gedrückt also das haben wir einfach so jetzt mal abgecheckt da sind schriftrollen hey moment mal ja zeigt es mal an aber nur mit ziel ja so 68 91 die sind da hinten aber da komme ich ja nicht rein hoppala falsche taste ja wir sollen da nach hinten gut die schriftrollen kriege ich eh nicht dann gehen wir mal hier sehe nix mehr da kann man auch laufen das läuft vier meter das heißt um die ecke ja da war ich vorher das ist dieses zelt hier genau und was ist da jetzt hä ach so no die habe ich vorher gar nicht gesehen hä bin ich blind nur weg damit die habe ich vorher echt nicht gesehen ich dachte ich wollte hier nur was klauen so und jetzt erreiche ich den nächsten abschnitt ja und wo ist denn da drüben oder was 130 meter hier sind überall schriftrollen aber da kommen wir nicht wirklich hin ich muss noch aufpassen dass jetzt nicht so eine lichtscheiße da rein laufe dann wird das wäre nämlich dann scheiße die kann man nicht töten die hast du ja immer am arsch wow schreck mich du ja das ist die tussi glaube ich toll auch schatten sonst wird das nix give me schatten ne das ist kumura das wenn ich speichere kriege ich es zurück neo aber sonst nicht so wir sind drin jetzt kann ich normalerweise speichern ist hier ein ja da ist rechts der speicherpunkt dann kriege ich wieder zwei so kumu dinge da diese sperre sind echt nicht schlecht ich behalte sie halt immer für notfälle weil wenn einer deppert wird dann macht man boom digger und weg ist er so gehen wir mal ein bisschen markieren hier hier ist viel los schöne stadt schauen wir was hier alles so ist da sind zwei schriftrollen da muss man hin da sind zwei schriftrollen die werden wir uns auf jeden fall nehmen ich gehe mal auf killertour wir wollen nie jeden killen von daher können wir hier ruhig mal ein bisschen rumschleichen da ist ein opfer schön alle markieren so wo gehst du hin ne da ist ein zweiter ok ah du arsch dreht sich der um aber den können wir hier schön platt machen das ist das positive geh aus dem licht genau bumm der hat es nicht mal gemerkt dass er drauf geht so macht das ein professioneller assassine nö dann kriege ich gar nichts zurück das kostet aber auch nichts du kannst die leichen verschwinden lassen wie du willst hey da sind zwei scheiße warte mal das geht sich aus da drüben ist auch noch einer schön markieren so der eine ist weit genug weg jetzt machen wir ding dong dann müsste nur einer kommen jawoll der kommt wieder auf die seite sieht er mich nicht du siehst mich nicht ich bin ein stein oh schön ruhig bleiben schön ruhig bleiben oh fuck schnell weg schnell weg mach die leiche weg halleluja ach so das da ja das weiß ich nicht wie das geht aber die habe ich noch nicht aktiviert glaube ist aber ziemlich praktisch das was du meinst so pass auf jetzt hier ist oh ja da ist einer okay so den werden wir gleich mal zeigen wer der babo ist mach mal zack ich hier da wird nicht lang gefackelt hier ist eine oh da ist einer markieren er ist markiert da drin ist nur einer oh der kommt raus okay ich bin weg wenn er kommt bin ich weg da oben ist auch nur einer was mit dem markieren läuft hier sind ja sau viele ey na kommst du der ist auch weg so den machen wir weg das muss ich nur nehmen aber ich hole mir jetzt sowieso die ganzen Dinger da 27 Meter in die Richtung boah da sind viele von denen gibt es hier was? ne da drüben ist das ist sind zwei so Papierchen die möchte ich aber haben das heißt wenn wir jetzt da rüber marschieren hier ist nicht unbedingt Schatten wir müssen rechts rüber ich sehe nur eine Wache oder sowas ich glaube nicht ja gut die könnte drin sein und ich sehe sie nicht das ist das Problem hier ist jedenfalls dunkel so schau mal Papiere sind von meiner Nase da ist auch warte mal da war da noch eine 23 ne 23 Meter in diese Richtung schauen wir mal hier ist schön dunkel da kann man rumwandern so da ist einer das meine ich die kann ich ja nicht markieren die sind im Haus die müssen sie zuerst sehen wenn man sie sieht kann man sie markieren da oben ist das Ziel und geradeaus unten sind die Dinger so der geht jetzt gleich drauf hier ja zwingt er sich da Johannes yes was oh oh kommst denn du her halleluja da ist noch einer wow hier geht es ja ab wie warme Semmeln sterben die weg oh fuck noch einer wow das ist der der was gehört hat ne wie die fliegen sterben sie hier weg aber soll mir recht sein soll mir auf jeden Fall recht sein so nochmal gucken kurz also hier haben wir eine und da drüben da ist die eine so das nehmen wir sie mal das gönnen wir uns und die andere die will die auch noch haben da oben muss sie rauf aber zuerst mal dieses Papierchen hier also sind hier eh Feinde so so der ist auch weg so langsam wird das was pro und professionell da oben ist das scheiße ok dann gehen wir mal da oben rein mal aufpassen da könnte auch ein Feind sein achso das ist das da habe ich verwechselt aber egal kann man ein bisschen trampeln der muss da raus so pass auf hier ist das nächste Ziel da haben wir eine Schriftrolle aber ich will die auch noch die ist da drüben ich sehe jetzt kein Feinde ich trampel hier gerade rum wie sonst was oh wie soll denn an der Lichtschranke da vorbeikommen oh scheiße wow das war knapp das ist ja eine linke Nummer hier das ist eine linke Nummer du musst unbedingt an dem Ding vorbei und wenn du zu nah herangehst boom lass mich weg 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 aber wir haben es gekriegt so und jetzt schauen wir mal in die wir haben drei glaube ich ne steht das irgendwo ja ich habe drei und das was Lorik gemacht hat war offensiv töten entfernen wir eine Kunaren hier für eine Welle ein Schatten das ist irgendwas von dem da das da ist es was er gemacht hat glaube ich und hülle nahe Feinde durch Wände und undurchsichtige Oberflächen dann nehmen wir das mal drücke E um alle Feinde in deiner Umgebung einige Sekunden lang anzuzeigen Feinde werden durch unsichtbare Oberflächen durch Kamm gezeigt das ist es das haben wir jetzt so und das probieren wir jetzt mal aus da ist gerade keiner da weil ich alles getötet habe ich drücke E wie ein Trottel ja gut ihn sehe ich ja ne der ist ja schon markiert ne wahrscheinlich deswegen so jetzt muss ich an dem Ding da vorbei oh ich bin im Licht deswegen geht da nix Licht nix gut oh da ist auch noch was Holla Holla oh ich habe ja gar nicht gesehen Jungs Ossere Holla ja da mal zeigen wer der Babo ist die Frage ja die schauen sich gegenseitig weißt du was so machen wir das lass mich hier nicht ärgern ich muss rüber da ist noch was zu markieren wieso kann ich nicht markieren jetzt gehts so ich muss da rüber schön in den Schatten gehen wir rüber jawohl oh hoffentlich checkt er das nicht aber der ist doof der ist zu weit weg das passt oh läuft da oh da ist auch noch einer alles markieren alles markieren jetzt drückt mal E ich seh nix also wenn ich nix seh ist hier einfach keiner mehr es ganz einfach eigentlich läuft es man kann sich nicht beschweren muss man das ausrüsten ja das muss man ausrüsten ok schau jetzt eh jetzt funktioniert es jetzt funktioniert es da ist zum Beispiel irgendwas ja ja das ist statt dem Kumo kannst du es haben aber das geht halt auch nur zweimal das bringt es jetzt nicht so unbedingt das heißt rechts neben dem ist einer hätte aber nicht gesehen schau das ist nicht so blöd muss ich sagen ja mal auf da hallo auf komm geh doch rauf Junge verarsch mich nicht geh da jetzt rauf immer die Lage abchecken der schaut dem nämlich blöd an das ist blöd wenn ich den weg mache gut dass ich das ja gut 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 das ist mal knapp oh yeah Lars Larsen Franks for the follow du alter Sack da was geht ab so wir werden den jetzt fisten oh ja wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.